Zieh mit, wähl Schmidt. Guter Mann. Immer wählen. Zieh mit, wähl Schmidt, habe ich schon in den 70ern gesagt und das gilt immer für gute Leute. Zieh mit, wähl Schmidt. Hansjörg Schmidt ist viele Jahre lang Fraktionsvorsitzender in der Bezirksversammlung Hamburg Mitte gewesen. Ich habe als Bezirksleiter eng mit ihm zusammengearbeitet und weiß, dass er ein verlässlicher Partner ist, dass man sich auf ihn verlassen kann, dass man mit ihm Verabredungen treffen kann, dass er Dinge auch umsetzt. Das müsste er dann in der Bürgerschaft auch und insofern kann ich gut verstehen, dass er da rein will, obwohl es schade ist, dass er dann nicht mehr in der Bezirksversammlung ist und kann nur empfehlen, ihm zuhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017